Hallöchen und willkommen zurück auf der Kolonie Masara. Wir sind wieder in der Besprechung mit unseren Typhus und unserem Jim. Was gibt's neues? Freiheit hängt am Plakat. Ich muss schon sagen, Jimmy, aus dir ist ja eine richtige Kampfmaschine geworden. Wenn ich Mengsk wäre, würde ich mich auch vor Angst verkriechen. Das meinst du ja wohl nicht ernst, Typhus, oder? Nein, war nur Spaß. Ja, wir kämpfen für die Freiheit. Das mit gutem Recht. So, wir gucken mal, was die nächste Mission ist, oder gibt's noch irgendwas Schönes? Wir können mal Musik abspielen. Wenn die Musik kommt, die müsst ihr vielleicht nur aktivieren, steuern. Hallo, Musik? Ich höre keine Musik, also gucken wir einfach mal, was es Neues gibt. Die Stunde Null. Bunker gibt's jetzt, okay, und so müssen sie so lange durchhalten, bis die Rettung kommt. Vorsicht ist angeraten. Sicherheitskräfte der Liga könnten das Artefakt bis zur Station verfolgen. Jawohl, ich stand. Verstanden. Hilfe ist unterwegs. Und wieder ein kleines Video. Ich will nur noch eine Weile aushalten. Hört sich nicht allzu schwer an. Ich würde sagen, wir haben uns eine kleine Pause verdient. Kommander, es wird eine große Ansammlung von Zerg-Biosignaturen bei der verlassenen Grabungsstätte angezeigt. Oh oh, die Zerg kommen. Ich hab's wissen müssen. Zum Teufel, Tykers. Ich schwör's, Mann. Ich wusste nichts von irgendwelchen Zerg. Vorausgesetzt, die Zerg behalten ihren wehrzeitigen Kurs bei. Werden sie diesen Ort innerhalb der nächsten Stunde einnehmen. Verdammt. Wir müssen durchhalten, bis wir abgeholt werden. Genau, das schaffen wir schon. Wenn wir die Bunker bemannen und diese beiden drücken so lange wie möglich halten, haben wir vielleicht eine Chance. Tja, es wird kein Kinderspiel. Ich war schon in einer Menge brenzliger Situationen. Aber noch nie gegen die Zerg, Tykers. Das packt Moreno. Kein Ding, wie ein King. Die Stunde Null, die derzeitige Mission. Laden Sie Space Marines im Bunker, um sie besser zu schützen. Space Marines können auch aus dem Bunker heraus angreifen. Ist sehr gut. Dann sehen Sie erstmal Sicherheit vor Bending. So, wir spielen auf Massara, Rotoplanet, wie immer. Eine beliebige Taste drücken. Und dann geht's auch schon los. Und abgeholt werden wir noch ran schmeißen. Die Mule. Ist ja noch die alte Edition. Da gehen wir nicht automatisch ran. Upgrades können wir diesmal nehmen. Okay, hier ist die Brücke. Hier, ihr könnt da rein. Ihr könnt hier ein bisschen rumlaufen. Hier auch ein bisschen. Hier macht die Star-Patrouille. Und dann erstmal hoch drohnen. Oder besser gesagt, hoch WBF. Brauchen wir einen Tech Lab. Dann hier einen Tech Lab. Und hier einen Reaktor. Ein Gas gibt es nur. Okay. Schauen wir gleich mal. Und weiter WBFs. Halten Sie aus. Wie lange muss ich den aushalten? Ja, das ist alles neu. Das kann man alles wegklicken. Brauche ich nicht die Tipps. 18 Minuten noch. Und abkommen wir schon die ersten Zerg. Da kommen Sie. Durchladen und entsichern. Und dann geht's so los. Wie sollte ich eigentlich halten? WBF einsatzbereit. Hier, wir keinem verlieren. Okay, von drüben kommt noch keiner. Sieht gut aus. WBF runter zu reparieren. WBF repariert. Hier noch ein Dock runter. True Marines. Und hier weitere Mule. Hier machen wir gleich Jungs. Was? Aber erst bauen wir noch einen Bunker. Aber sicher. Worauf soll ich ballern? Der Doktor ist da. WBFs. Upgrade können ich auch schon mal nehmen. Das ist eins. Nicht genügend Mineralien. So Upgrade kommt. Noch ein paar Marines. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Und die Post hab ich vergessen. Sehr gut. Dann nehmen wir noch ein paar Depots. Und wenn wir hier oben noch dicht machen. So der Bunker ist fertig. Stell den Bunker rein. Und du kannst hier unten reparieren. Macht automatisch. Läuft. Gibt's hier schon die Bunker abgewählt? Ich glaub nicht. Mehrere feindliche Flugeinheiten gesichtet. Ankunftszeit. Verdammt nochmal jetzt. Jetzt. Genau jetzt. Wo sind sie? Fliegers. Ach du sollst daraus. Gewähl. So noch ein Depot. Du reparierst hier unten fleißig. Mit drüben bräuchte ich auch noch eine repariert. Ja da brauche ich mehr Raketentürmchen. Oder mehr WBFs die reparieren. So brauchen wir noch einen Raketenturm. Aber sicher. Wo ist denn der erst jetzt herkriegt? Ich bin schon gewundert hier irgendwas. Und noch ein paar Docks. Noch ein paar Docks. Danke. Mehr WBFs. So du reparierst hier. Du kannst dann hier reparieren und patrouillieren. Und du machst das gleiche. Schöne Patrouille. Noch ein Dog. Noch ein paar Marines. Und noch mehr Tepus. Und noch mehr Tepus. Also die Rebellen. Ja das sind Bonusziele. Oh jetzt kommen hier die Länge. Und die Leiter der Tepus. Okay das haben wir geschafft. Okay das haben wir geschafft. Ja ich hole ich so klein. Wir haben uns herum eingegraben. Ich hole ich. Wenn jemand in der Nähe ist. Bitte helft uns. Ja ich probiere es sofort. Brauche noch viel mehr Depots. Du kannst kaum noch erwarten. Ach der kommt nicht runter. In der Gemeinschaft. Atmast. Wir brauchen noch ein paar Marines. So da kann ich gleich das nächste Depot bauen. Und hier vorne bräuchte ich noch ein Luftabwehrtürmchen. Worauf soll ich ballern Sir? Das müsste ich halten können. Ey warum macht nicht mehr WBF tot? Was soll das? Nicht mehr WBF töten ist nicht fair. Brauchen wir noch ein paar Türmchen. Und dann kannst du nochmal Sogussibus bauen. Und dann gucken wir mal vor. Docks nach hinten bitte. Danke. Und alles heilen. Dankeschön. So dann sind das meine Marines. Dann haben wir die auch gefreit. Und dann gucken wir mal weiter. Docksbill nach hinten. So das passt. Oh da kommt auch ein Linge. Oh das ist ein Bierlinge. Oh so Rounds. So Rounds ist nicht gut. Ja was geht eigentlich. Mehr Marines. Wir brauchen noch ein paar mehr Barracks. Wir brauchen immer Barracks noch. Geh Barrack. Barrack. Hallo Barrack. Sehr gut. So. Kötter zur Armee. Dann holen wir die schnell. Wann tut das gut euch zu sehen. Warte noch befreit. Schieß doch nur. Und dann alle mal heilen bitte. So hier können wir noch ein paar davon bauen. Dann brauchen wir noch mehr die Post. Kein Bunker. Kein Bunker. Die Post bitte. Nicht genügend Mineralien. Dann ihr mit hier rein. Nicht genügend Mineralien. Dann könnte ich hier unten noch ein Bunker bauen. Upgrades bin ich jetzt schon durch. Okay. Basis wird angekriegt. Wo kommen die denn her? Jetzt geht's rund. Jawohl. Kann's kaum noch erbauen. Ich glaube das die Turrets. Tja. So der Turret hat's geschafft. Der wird aber gleich drauf gehen. Dranbleiben Jungs. Der Taktik ist auf der Weg. Also bauen wir hier auch noch mehr Turrets. Turret. Noch ein Turret. Mindestens drei pro Seite. Er hat so dran. Wir haben Marines bauen. Wir haben WBFs bauen. Wir haben WBFs bauen. Basis wird angekriegt. Oh der Bunker. WBF. Du sollst mal hier heilen. Wir brauchen sofort Unterstützung. Dann ist man hier drüben. Bunker bauen. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. So mehr Marines. Mehr WBFs. Und eigentlich brauche ich kein Gas mehr. Ich habe genug Heiler. Also raus mit dir. Raus mit dir. Und dann werden wir die mal retten. Wobei der wie ich gerade richtig scheiße ist. Also wieder aufwerten. Und dann kommen wir sogar schon in die Base. Mit in die Base kommen. Hallo. So bauen wir weiter Bunker. Ja, das sieht gut aus. Das haben wir gesichert da oben. Wir holen schnell unsere Jungs. Und dann sind wir eigentlich schon so geduld. Wenn wir noch ein WBF hinmachen. Zum reparieren. Das beiden wollen wir uns. Das sind meine Reise. Ihr seid erschöpft. Hey, Linge. Bending sind schlecht. Geht auf. Freu mich schon drauf. Wahnsinn. So das Türmchen müsste da noch weg. Bereit machen Jungs. Und mehr Marines brauche ich. Und mehr WBFs. So wo ist einer und der steht hier rum. Was alle Türmchen weg. Ah, ist eingebaut. Ja toll. Richtig schlau eingebaut. Und noch mehr Bunker bauen. Hier noch ein Bunker. Da ein Bunker. Da ein Bunker. Nicht genügend. Ah, der kann ich nicht bauen. Oder keine Bunker. Was wichtig ist? So jetzt können wir Bunker bauen. Wo will er denn hin? Bau jetzt Bunker bitte. Hallo. Ich hab doch U gedrückt. Nur noch ein bisschen länger durchhalten. So der passt da rein. Der ist halt eingebaut. Baut ja noch ein paar Turrets. Und diesmal nicht bitte einbauen. Mineralienfeld erschöpft. Du baust mir ein paar Depots. Nicht genügend Mineralien. So hier drüben sterben sie alle. Das ist gut. Ja die müssten auch gleich sterben. Wenn sie spawnen. Und. Aber immer noch keine Musik. Ich hab der Musik aber eigentlich an. Dann mach ich für die Musik rein natürlich. Kein Problem. Nicht genügend Mineralien. Blinge, Blinge. Okay Blinge sind doof. Basis wird angegriffen. So Blinge haben wir. Komm. Okay jetzt kommen die Linge. Sieht aber trotzdem noch gut aus. Ich werde die Bunker einfach nur als Mietschild nehmen. Für die Banlinge. Und euch ein bisschen zu blicken. Und noch ein paar Docks dazu. Viel zu viel Gas. Hier brauch ich gar nicht. Da oben kommen ein paar Länge. Das ist gut wenn die immer in die Bunker reinknallen. Das stört mich gar nicht. Dann bauen wir noch ein paar Bunker. Der kann ich nicht bauen. Geht auf. Der Dr. ist da. Der Dr. ist da. Der Dr. ist da. Und mehr Jungs noch. Mehr Jungs. Mehr Jungs ging gar nicht. Oh. Dennoch schlecht. Die Kavallerie ist auf dem Weg. Auch noch eine Minute. Lass dir ruhig Zeit. Komm, Baylinge. Ja, komm, Baylinge. Abfangen bitte. Danke. Komm, Baylinge. Ja, komm, Baylinge. Ja, komm, Baylinge. Jo, jetzt war's natürlich ein bisschen... ...haarig. Aber geht noch. Äh, wo ist mein Jungs hin? Greift mal da an. Wir können dir etwas Hilfe gebrauchen. So, die halten noch ein bisschen. Die halten nicht mehr lange. Aber wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich noch 2 Sekunden. Wir werden da draußen in Stücke gerissen. Und evakuieren bitte. Wir müssen nach höheres Gelände zurückweichen. Machen Jungs. Jawohl. Da kommt die Hyperion. Die killt einfach mal alles und jeden. Ja, niemand hat dort nicht Damage. Fatsch, fatsch, fatsch. Alle tot, alle Linge. Die Kavallerie ist hier. Und da oben halten jetzt einmal die Boys. Ewig. Gut dich zu sehen, Matt. Willkommen auf unserer kleinen Party. Ich bin froh, dass wir es noch rechtzeitig geschafft haben, Sir. Na, dann holen wir euch Jungs mal hier raus. Ich bin auch froh, sonst wären jetzt alle tot. Mission erfolgreich. Wir haben alles bekommen. 4 Brutstätten der Zerk. Das habe ich alles schon mal gemacht. Brauchte ich jetzt nicht machen. Okay. Dann. Würde ich sagen. Boah, ist das mit dieser Folge. Und wir sehen uns auch morgen wieder. Tschüss. Und wir sehen uns auch morgen wieder.